Das ist der Mann, der mitten im vorweihnachtlichen Trubel in Stockholm versucht haben soll, ein Glutbad anzurichten. Die schwedischen Ermittler sind sich zu 98 Prozent sicher, den mutpasslichen Attentäter als Taimur Abdel-Wahhab identifiziert zu haben. Eine kurze Beschreibung von ihm ist, dass er 1981 geboren wurde und ursprünglich aus dem Nahen Osten kommt. Doch wir wissen noch nicht mit Sicherheit, aus welchem Land er stammt. 1992 wurde er schwedischer Staatsbürger. In Schweden hat er einige Jahre gewohnt, auch in England lebte er mehrere Jahre. In Luton, in der Nähe von London, begeben sich auch britische Ermittler auf die Spur von Abdel-Wahhab. In diesem Haus soll er mit seiner Familie gewohnt haben. Und an dieser Universität studierte er. Die Nachricht über das Selbstmordattentat schockiert die Studenten. Ich kann nicht glauben, dass Leute so etwas tun. Und der Typ, der das gemacht hat, das ist unglaublich, weil die Arbeitsbedingungen hier an der Bedfordshire University so professionell sind. Das ist ein Schock, auch für die muslimische Gemeinschaft, dass jemand aus Luton so etwas gemacht hat. Die Ermittler versuchen nun zu klären, wie der mutmaßliche Attentäter durch das Netz der Sicherheitsbehörden schlüpfen konnte. Und ob Abdel-Wahhab bei seinem als sehr gut geplant beschriebenen Anschlagsvorhaben Unterstützung hatte. Wir versuchen jetzt, seine Kommunikation nachzuzeichnen. Seine Freunde, seine Kontakte, alles. Und natürlich, das ist wichtig, ob er von einer Organisation wie Al-Qaida inspiriert wurde oder in deren Namen gehandelt hat. Aber noch wissen wir darüber nichts. Unterstützt werden sollen die Ermittler in Stockholm und auch von Spezialisten des FBI. Die US-Bundespolizei will sieben Sprengstoffexperten in die schwedische Hauptstadt schicken. Die US-Bundespolizei